Wahre Größe, das zeigte er auf dem Schlachtfeld. Liebe Damen und Herren, bitte heiß den MVP des Turniers willkommen und seine atemberaubendsten Momente. Schließendlich ist die Zone doch hart nach Süden geschifftet, aber ich finde trotzdem, man hält sich hier aufbauen. Phantom mit den Schotts hier versucht die Rotation aufzuhalten von Storm, aber aktuell klappt es nicht. Aber jetzt endlich schafft man den ersten Spieler aus dem Auto rauszuschießen. Absolut stark von Phantom, mehrfach versucht, mehrfach stark reagiert, aber schließendlich beim dritten Versuch. Wir sind glücklich, haben bis dato nur einen einzigen Killpoint gewonnen können, aber sind ultimativ gut drin und schaffen es sogar vielleicht jetzt hier P-18 unter Bedrängnis zu setzen. Denn der erste noch von Phantom ist gesetzt. Malum und Poles nicht mehr reinkommen oder gehen wir jetzt auf die Zone? Das sind die Fragen, die sie beantworten. Das ist erst einmal alles. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Das ist